Ich bin Flavio Stückemann, geboren in Brasilien und aufgewachsen in Bramsche. Ich bin 29 Jahre alt, bin 1,87 groß und spiele Point Guard. Schon als Sechsjähriger habe ich jede freie Minute genutzt, um mit meinen Freunden Streetball zu spielen. Mein schönster Moment war der Aufstieg in die Beko-Warsball-Bundesliga mit Rasterfechter. Mein Ziel ist es, dem Team Energie, Charakter und Kampfgeist zu geben. Ich spiele in Bremerhaven, weil der Verein mir eine super Perspektive bietet, hochklassig Basketball zu spielen. Die Fans können von dem Team erwarten, dass wir leidenschaftlich für die Stadt Bremerhaven kämpfen. Let's go Ice Bear!